Berlin ist eine wichtige Stadt für mich und meine Arbeit. Für mich und meine Arbeit ist Berlin eine wichtige Stadt, weil hier noch vieles im Kommen ist. Man sagt ja, Berlin ist ständig im Werden und nie im Sein und da können wir eine sehr große Rolle spielen. Es ist eine der besten Stadt in der Welt und wir können leben und arbeiten in dieser Stadt. Es ist ein realer Spielplatz, um die Ingenierungen in einem lebenden Umfeld zu testen. Es ist nicht eine mega Metropole wie Londres oder Paris, in der der ganzen Welt ist. Aber es gibt diesen typen kulturellen und sozialen Möglichkeiten, nur eine europäische Kapitel. Ich liebe es in Berlin zu leben, weil es eine super Lebensqualität hat und man gerade mit einer Familie toll in der Stadt wohnen kann. und weil es viele interessante Projekte und Projektpartner gibt, mit denen wir in Berlin zusammenarbeiten können. Büro Happold sticht aus der Masse hervor, weil wir Dinge anders anpacken als andere, weil wir Projekte ganzheitlich betrachten und nach vorne schauen, vorausschauen und planen. Wir sind anders. Wir hören Menschen, wir verstehen Menschen, Menschen Probleme und wir versuchen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, wir haben eine sehr besondere Beziehung mit den Kunden. Wir sind wirklich, und wir sprechen uns über was sie brauchen und wie wir können eine Lösung finden, und wie wir können eine Lösung finden, um eine Lösung zu diesem Problem zu geben. Es ist spannend, um mit Menschen zu arbeiten, um die Menschen zu kommen und um die Welt zu verändern. Ich meine, sie wollen, um bessere Beziehungen zu machen, bessere Beziehungen zu machen. Sie fühlen, dass die Arbeit wichtig ist. Es ist nicht zwei Tage die gleiche. Es ist alles verändert. Es ist alles, alles excitement. Es ist alles über die Herausforderung. Und das wirklich beeinflusst mich. Und das ist das, warum ich in der Morgen bin. Working on different projects from different countries makes you talk to other engineers, project leaders, see what kind of different solutions are used in different offices, what kind of technical solutions are there. People ask for advice, people look to you for your expertise, and that makes you feel part of a family. I joined the business when it was 60-70 people. It's now 1800 people across the whole globe. And seeing that work and seeing how unique it is and how joined up it is, is really satisfying. Ich wünsche für den 20. Geburtstag in Deutschland nochmal 20 Jahre, ganz tolle Projekte, ganz tolle Mitarbeiter und viel Spaß. All the tests and more and more projects and more and more people coming here. I wish the team many congratulations and an opportunity to move forward for another 20 years, providing visioning projects in the future. Ich wünsche Büro Happold zum 20. Geburtstag alle Tüte.